Herzlich willkommen bei den Poker-Essays. Heute möchte ich dir eines der gleichzeitig bestverkauften und für Pokerspieler jeglicher Variante und Spielstärke prägendsten Pokerbücher überhaupt vorstellen. Konkret geht es um eine kurze Besprechung von David Sklonskys Standardwerk The Theory of Poker. The Theory of Poker ist genau das, was der Name des Buches suggeriert. Eine umfängliche und dabei trotzdem kompakte Abhandlung über die verschiedenen Konzepte, welche das Fundament erfolgreichen Pokerspiels ausmachen. Der Autor des Buches, David Sklonsky, gilt nicht umsonst als einer der einflussreichsten Autoren über das Spiel. Im Klappentext der englischsprachigen Ausgabe werden Inhalt und Zielgruppe des Buches in vier Sätzen wie folgt beschrieben. Das Buch hat also den Anspruch eine ernstzunehmende und umfassende Einführung zu sein, wie professionelle Pokerspieler denken. Dabei verspricht es auf typisch amerikanische Art Einblicke in die Gedanken der besten Pokerspieler der Welt zu gehen und die wichtigsten Aspekte zu behandeln, welche in die Entscheidungsfindung einbezogen werden sollten. Es erklärt die grundlegende Theorie und die Konzepte, welche hinter allen Pokervarianten stehen und beschreibt die Gedankengänge fortgeschrittener Spieler. Die Zielgruppe des Buches sind entsprechend all diejenigen Pokerspieler, welche die Grundlagen des Spiels verstanden haben, aber ein tieferes Verständnis über die relevanten strategischen Konzepte erlangen möchten. Links siehst du mein Exemplar von The Theory of Poker und lass mich dir eines gleich vorweg mitteilen. Wenn du erwartest, dass das Buch tatsächlich die Gedanken von den besten Pokerspielern welcher Zeit auch immer erläutert, dann wirst du vermutlich enttäuscht werden. Was The Theory of Poker allerdings wirklich leistet, ist die für alle Varianten wichtigen Konzepte auf eine inhaltlich fundierte, aber dennoch für das praktische Spiel anwendbare Art und Weise zu vermitteln. Insbesondere heißt The Theory of Poker den Anspruch, diejenigen Konzepte zu beleuchten, welche grundsätzlich für alle Arten des Pokerspiels anwendbar sind. Zum vielleicht bekanntesten dieser Konzepte, nämlich zum Fundamental Theorem of Poker, also dem fundamentalen Pokerlehrsatz, findest du in einem früheren Video auch schon eine ausführliche Besprechung. Um den im Klappentext aufgestellten Ansprüchen gerecht zu werden, beschreibt Sklansky hinterlegt mit zahlreichen Beispielen aus den unterschiedlichsten Pokervarianten die grundlegenden Konzepte des Spiels. Dazu gehören neben dem fundamentalen Pokerlehrsatz genauso strategische und taktische Themen. So untersucht Sklansky in seinen grundsätzlichen Betrachtungen unter anderem das eigentliche Ziel im Pokerspiel, die Anwendbarkeit der Begriffe, Erwartungswert und Stundensatz, sowie den Einfluss unterschiedlicher Setzstrukturen oder Spielertypen. In seinen strategisch-taktischen Untersuchungen werden unter anderem die Konzepte von Odds und Outs, die Theorie hinter Bluffs, sowohl aus Sicht des Bluffers als auch aus Sicht des Geblufften und zum Beispiel Checkraising und Slowplay behandelt. Obwohl das Buch als ein Klassiker beschrieben werden kann, geht Sklansky auch auf spieltheoretische Konzepte sowie Mindset und Psychologie ein. Jedem der beschriebenen Konzepte widmet The Theory of Poker ein eigenes Kapitel, welches jeweils die beschriebenen theoretischen Schwerpunkte mit mehreren Beispielen hinterlegt. Im Unterschied zu anderen Pokerbüchern vermittelt The Theory of Poker ein gesundes Pokerallgemeinwissen, während das typische Pokerbuch eher auf eine spezielle Variante abzielt und damit Spezialwissen vermittelt. Entsprechend werden variantenspezifische Aspekte wie Pokerregeln oder Starthänden in The Theory of Poker, wenn überhaupt nur wenige Seiten gewidmet. Wenn du mich jetzt fragen würdest, für wen die Lektüre von The Theory of Poker etwas ist und für wen eher nicht, würde ich vermutlich antworten, dass jeder Pokerspieler dieses Buch zumindest einmal gelesen haben sollte. The Theory of Poker beschreibt die allgemeingültigen Grundlagen des Pokerspiels und zwar unabhängig davon, ob du Cash Game oder Turniere, live oder online, Hold'em oder Omaha oder lieber Stud- oder Draw-Poker spielst. Einschränkend muss ich dich jedoch darauf hinweisen, dass wenn du explizit ein Buch suchst, welches No Limit Hold'em oder eine spezielle andere Poker-Variante bei maximaler Tiefe untersuchst, du diesbezüglich mit The Theory of Poker nicht glücklich werden wirst. The Theory of Poker ist vielmehr das Buch, das dir hilft, dein grundsätzliches Skill-Fundament für Poker zu formen bzw. immer wieder neu zu festigen. Die englischsprachige Version gibt es bei Amazon auch für knapp 30 Dollar oder deutlich unter 30 Euro. Der Preis ist meiner Meinung nach angemessen, gebrauchte Versionen gibt es im Marketplace teilweise deutlich günstiger. Wenn du lieber elektronisch liest, dann empfehle ich dir noch die günstigere Kindle-Version in Erwägung zu ziehen. Ich habe dir in diesem Video einen der Klassiker der Poker-Literatur, nämlich The Theory of Poker von David Sklansky vorgestellt. The Theory of Poker ist für viele Spieler das Buch, welches das Fundament eines auf erfolgreiches Spiel ausgerichteten Poker-Skillset darstellt. Ich besitze das Buch selbst und kann es dir entsprechend ruhigen Gewissens empfehlen. Einen entsprechenden Amazon-Affiliate-Link findest du in der Videobeschreibung. In jedem Fall wünsche ich dir viel Erfolg für dein eigenes Spiel und freue mich auf das nächste Video.